Ja Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr habt es am Titel schon gesehen. Wir machen weiter mit der KHI-V Basic Serie. Und in diesem Video geht es um das Thema Subwoofergehäuse, Gehäusetypen und deren Eigenschaften. Kurz vorweg, wofür brauche ich überhaupt ein Gehäuse? Natürlich erstmal um den Subwoofer irgendwo reinzuschrauben und zu befestigen. Und zum Zweiten zur optimalen Schallausbeute und um einen akustischen Kurzschluss zu verhindern. Ein ganz kurz erklärter akustischer Kurzschluss wäre zum Beispiel ein Subwoofer ohne Gehäuse. Die Membran schwingt und Schallwellen entstehen dadurch, dass Luft komprimiert wird bzw. ein Druck entsteht. Wenn ich jetzt kein Gehäuse habe und die Hinterseite des Subwoofers räumlich mit der Vorderseite des Subwoofers verbunden ist, fährt der Subwoofer raus und das, was man an Luft rausschiebt, fehlt hinten wieder. Also entsteht kein Schall bzw. ja kein Druck, kein Schalldruck. Und das nennt man dann einen akustischen Kurzschluss und das möchten wir nicht, weil dann hört man nur so ein bisschen, ja, geflattert, so ein bisschen was. Aber eben, ja, nichts Definiertes, keinen guten Klang, keinen guten Bass und eben auch keinen hohen Schalldruck, was wir alle möchten. Dann noch kurz dazu, was kann ich über das Gehäuse steuern? Grundlegend alle Eigenschaften des Subwoofers. Zum Beispiel, wie laut das Ganze am Ende ist und wie der Frequenzgang verläuft, ab welcher Frequenz der anfängt zu spielen, ob einzelne Frequenzen lauter sind, das alles kann ich nur über das Gehäuse steuern. Fangen wir mit der einfachsten Gehäuseart an und das wäre das geschlossene Gehäuse. Bei einem geschlossenen Gehäuse ist die Außenseite der Membran komplett von dem inneren Teil getrennt. Außerdem ist das Gehäuse luftdicht, was dafür sorgt, dass im Inneren des Gehäuses immer der Druck schwankt, sobald der Subwoofer arbeitet. Genau genommen arbeitet der Subwoofer gegen den Luftdruck im Inneren des Gehäuses. Aus der Bauart resultiert ein extrem knackiger Bass, da der Druck im Inneren des Gehäuses die Membran dabei unterstützt, nach einem Impuls wieder in die Ausgangsposition zurückzukommen. Ganz kurz erklärt, was ich damit meine. Ihr kennt ja die Sinuswelle, zum Beispiel von 50 Hertz, beziehungsweise eine Auslenkung des Subwoofers besteht darin, dass der Subwoofer einmal rausfährt und einmal reinfährt, im übertragenen Sinne. Was jetzt passiert, wenn der Subwoofer rausfährt, entsteht in dem Gehäuse ein Unterdruck, der dabei hilft, den Subwoofer möglichst schnell wieder in die Ausgangsposition zu kommen. Und wenn der Subwoofer reinfährt, möglichst schnell ebenfalls wieder in die Ausgangsposition zu kommen, durch den Überdruck, der in dem Gehäuse entsteht. Dadurch ist der Bass einfach extrem knackig und extrem definiert, da die Schwingspule alleine nicht die Arbeit machen muss, sondern von dem Gehäuse oder von dem Druck in dem Gehäuse unterstützt wird. Schauen wir uns die Vorteile von einem geschlossenen Gehäuse an. Das wären zum Ersten die sehr kleine Bauform. Man kann ein geschlossenes Gehäuse sehr klein bauen, da wir einfach nur ein kleines Volumen brauchen, im Gegensatz zu Bassreflex oder Bandpassgehäusen. Zum Beispiel beim Ampassat, der braucht 15 Liter, der Eton M10. Das kann man mal eben in der Reserveradmulle verstecken oder irgendwie in einem Seilenteil oder was. Ja, auf jeden Fall eine sehr kleine Bauform. Dann, wie schon gesagt, ein sehr direkter, knackiger und definierter Bass und keine Luftgeräusche durch Portfläche. Was ich damit meine, erkläre ich euch gleich, wenn wir beim Bassreflex angekommen sind. Aber, ja, weil wir kein Port haben, erübrigt sich, haben wir keine Luftgeräusche. Was eventuell passieren kann, wenn man das Gehäuse nicht gut baut oder nicht gut abdichtet, dass der ja dann irgendwo in den Ritzen was abpfeift. Dass dadurch Luftgeräusche entstehen. Das liegt aber dann daran, dass das Gehäuse scheiße gebaut wurde. Klingt fürchterlich, hört man auch sofort. Ja, kostet Wirkungsgrad. Da sollte man wirklich drauf achten, dass das Gehäuse wirklich, ja, komplett luftdicht abgeschlossen ist. Leider gibt es auch einige Nachteile beim geschlossenen Gehäuse. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Zum einen brauchen wir eine sehr hohe Endstufenleistung, um einen gewissen Schalldruck zu erzeugen. Denn die Schwingspule, wie schon gesagt, arbeitet gegen den Luftdruck. Und dafür wird eben eine sehr hohe Leistung benötigt, um die Luft zu komprimieren oder um halt eben einen Unterdruck zu erzeugen. Wir haben durch das Gehäuse keine, ja, nennenswerte Pegelverstärkung. Seht ihr auch gleich im Vergleich zum Bassreflex- bzw. zum Wandpassgehäuse. Und, ja, der schlimmste Nachteil, wir haben keinen richtigen Tiefgang. Geschlossenes Gehäuse ist nicht in der Lage, sonderlich tiefe Frequenzen abzuspielen. Das ist für die meiste Musik, ist das nicht schlimm. So, ich sag mal, ein geschlossenes Gehäuse kriegt man so ab 40, 45 Hertz kriegt man das hin. Aber wenn man eben auf Trap oder Hip-Hop oder sowas steht, ja, da fehlt dann einfach so ein bisschen Tiefgang. So, hier mal rein symbolisch oder rein als Beispiel zu betrachten, so ein klassischer Frequenzgang von einem geschlossenen Gehäuse. Ihr seht, das Frequenzband oder der Pegel, der fängt sehr spät an. Die minus 3 dB Grenze liegt bei 45 Hertz. Dann kommt ein leichter Peak und man flacht das Ganze wieder ab. Aber man sieht schon ganz klar, wir haben keinen wirklichen Tiefgang. Macht so ein bisschen für mich zum K.O.-Kriterium. Weil ein geschlossenes Gehäuse kann keine Frequenzen spielen, die wirklich im Bauch wehtun. Dann machen wir weiter mit dem Bassreflex-Gehäuse. Das Bassreflex-Gehäuse funktioniert nach einem einfachen physikalischen Prinzip und zwar der Massenträgheit der Luft. Ein Bassreflex-Gehäuse hat immer einen Port. Daher heißt es auch ventiliertes Gehäuse. Durch diesen Port ist das Innere des Gehäuses mit der Umgebungsluft verbunden. Bei Bassreflex-Gehäusen ist es sehr wichtig, dass sie richtig berechnet sind. Denn die Luftmasse in dem Gehäuse und in dem Port müssen im passenden Verhältnis stehen, damit die Luft aus dem Port kommt, wenn auch der Subwoofer nach außen fährt. Ist das Ganze falsch berechnet, haben wir einen akustischen Kurzschluss und das Gehäuse ist nichts anderes als eine große Luftpumpe. Und das schneide ich jetzt in diesem Video nur ganz kurz an. Ich verlinke euch in der Videobeschreibung ein Video, wo das Bassreflex-Prinzip wirklich detailliert beschrieben wird. Das ist so gut beschrieben und ja auch sinnbildlich erklärt, dass ich denke, ich kann es nicht besser machen. Ich hoffe, der Ersteller des Videos hat kein Problem damit, dass ich das Ganze verlinke. Schaut da einfach mal vorbei. Im Grundlegend funktioniert das Bassreflex-Prinzip aber durch die Massenträgheit der Luft. Das Erste, wenn man das Ganze so sieht, ist, dass man denkt, okay, der Subwoofer bewegt sich oder das Chassis bewegt sich jetzt nach außen und durch den Port wird Luft angesaugt, um den Volumenausgleich wieder herzustellen. Was aber durch die Luftmasse passiert, und das funktioniert auch erst ab einer gewissen Frequenz, das nennt sich die Tuning-Frequenz, dass das Ganze gegenläufig passiert. Das heißt, dass das Subwoofer-Chassis rausfährt und die Luft in dem Port, in dem Bassreflex-Kanal, pulsiert, aber eben auch nach außen. Das heißt, dass gleichzeitig die Membran nach außen drückt und der Port die Luft auch nach außen drückt. Was wir dadurch erhalten, ist eine Membranvergrößerung. Das heißt, wir haben zum Beispiel ein 12-Zoll-Chassis und ein 10-Zentimeter-Durchmesser-Port. Das heißt, wir haben dann effektiv 40-Zentimeter-Membranfläche, die unseren Schalldruck erzeugen. Das sorgt einfach dafür, dass ein Bassreflex-Gehäuse immer so ein bisschen lauter ist als ein geschlossenes Gehäuse. Schauen wir uns die Vorteile vom Bassreflex-Gehäuse ganz kurz an. Und da wäre der Wichtigste, wir haben einen kraftvollen Tiefgang. Wir haben eine Pegelverstärkung durch das Gehäuse. Wir haben einen hohen Wirkungsgrad, da wir nicht gegen den Luftdruck arbeiten müssen. Und wir haben einen sehr linearen Frequenzgang. Was ich damit meine, seht ihr auch gleich. Leider hat aber auch das Bassreflex-Gehäuse ein paar Nachteile. Und die wären zum Beispiel mögliche Windgeräusche durch den Port. Das passiert meistens, wenn man sich im Subwooferbau nicht so auskennt, die erste Kiste zusammenschustert und keinen abgerundeten Port hat. Dann können durch die Bewegung einfach Luftgeräusche entstehen, die nicht schön klingen. Die einfachste Abhilfe sind ja vorgefertigte Ports aus Kunststoff. Die haben dann so einen Trichter, so eine Tulpe vorne dran. Das dämmt das ja stark ein. Aber das ist auf jeden Fall so ein Nachteil. Den sollte man beachten. Den kann man minimieren, aber eben auch nicht ganz aus der Welt schaffen. Ein weiterer Nachteil wäre die geringere Präzision des Chassis. Im Gegensatz zum geschlossenen Gehäuse. Denn in Anführungsstrichen schwingt der Woofer in dem Gehäuse frei und wird nicht von dem Gehäuse in die Ausgangsposition gezwungen. Was einfach dafür sorgt, dass es nicht so präzise spielt. Ein weiterer Nachteil wäre ein größeres Gehäuse. Da wir ja den Resonanzraum benötigen, ist von der Bauform einfach ein bisschen größer als ein geschlossenes Gehäuse. Die minus 3 dB Grenze liegt in dieser Simulation zum Beispiel bei 21 Hertz. Ungefähr ab 30 Hertz haben wir einen komplett linearen Frequenzgang, bis irgendwann der Laupassfilter das Ganze zumacht. Das finde ich persönlich so geil am Bassreflexgehäuse. Wir haben keine einzelnen Frequenzen, die ein bisschen lauter oder leiser sind. Es fängt tief an zu spielen und bleibt dann gleichgehend. Natürlich, vorausgesetzt man hat sich das Gehäuse richtig simuliert und auch gebaut. Kommen wir nun zum Bandpassgehäuse. Bandpassgehäuse sind eine Mischung aus Bassreflex und geschlossenen Gehäusen. Beim 4th Order Bandpass ist eine Kammer geschlossen und eine belüftet, wie beim Bassreflex. Dann gibt es noch die 6th Order Variante, bei der beide Kammern belüftet sind. Dadurch kann der Wirkungsgrad nochmals erhöht werden. Das Wichtigste bei Bandpassgehäusen ist die exakte Berechnung. Ein Bassreflexgehäuse kann 1-2 Liter zu viel oder zu wenig verzeihen. Beim Bandpass hingegen können geringe Abweichungen bereits verheerend sein. Die Charakteristik eines Bandpassgehäuses ist es, in Anführungsstrichen zwei Tuningfrequenzen zu haben. Ich erkläre euch gleich, was ich meine. Oberhalb und unterhalb fällt der Pegel um 12 dB die Oktave ab. Was für ein sehr kurzes, aber eben sehr lautes Frequenzband sorgt. Schauen wir uns kurz die Vorteile vom Bandpassgehäuse an. Das wäre zum einen die kraftvolle Wiedergabe, maximale Effizienz, ein hoher Ausgangspegel. Das sind so die drei Vorteile, die wir im Wesentlichen haben. Leider aber auch hier wieder ein paar Nachteile. Und zwar ein sehr großes Gehäuse, ein schmaler Frequenzgang, eventuelle Strömungsgeräusche und eine geringere Präzision. Ja, das sind alle so in Anführungsstrichen. Es kommt halt auch viel drauf an, wie man das Gehäuse baut, aber das wäre es so im Grundlegenden. Und jetzt zeige ich euch mal ganz kurz, was ich meine mit zwei Tuningfrequenzen. Ihr seht das schon an der Kurve im Vergleich zum Bassreflex oder auch zum geschlossenen Gehäuse. Wir haben unsere untere Tuningfrequenz natürlich. Und da fängt das Ganze so bei 35, 30, 35 Hertz, fängt das Ganze an so voll da zu sein. Hört aber auch bei ungefähr 80, 90 Hertz, schlagartig oder mit genau der gleichen Kurve wieder aufzuspielen, wie es anfängt. Und das meine ich mit zwei Tuningfrequenzen. Wir haben eben nur diesen sehr, sehr kleinen Bereich, wo das Gehäuse dann den maximalen Schalldruck abgibt. Ihr seht jetzt hier, es ist nicht ganz, nicht 100% linear. Es wird erst im tiefen Bereich laut, etwas leiser und wieder etwas lauter, aber nicht sonderlich tragisch. Also diese Kurve, diese zwei Tuningfrequenzen sind keine wirkliche, ist kein wirklicher Nachteil. Denn man begrenzt, ja, den Spielraum des Subwoofers ja sowieso über Lowpass-Filter. Und wenn man sich das Gehäuse so optimiert, dass es, ich sag mal, bei 30 Hertz losgeht und bei 80 Hertz dann wieder aufhört zu spielen, dann ist das kein Nachteil. Dann haben wir den Bereich, den wir abgedeckt haben, super abgedeckt und haben dafür dann aber den maximalen Pegel. Denn ein Bandpass-Gehäuse ist von allen Gehäusearten, ja, das mit der höchsten Effizienz und eben halt das Lauteste bei gleicher Endstufenleistung und beim gleichen Chassis. Kommen wir schon zu einem Fazit, beziehungsweise welches Gehäuse ist für mich richtig? Das kann man pauschal nicht sagen. Ihr könnt euch ein paar Fragen stellen, wie zum Beispiel, welche Eigenschaften sind gewünscht? Sound-Quality oder SPL, was ist wichtiger? Wie viel Platz habe ich im Kofferraum? Wie fortgeschritten bin ich, was den Bau von Gehäusen angeht? Wie viele Chassis möchte ich verbauen und wie viel möchte ich ausgeben? Damit könnt ihr das ein bisschen eingrenzen, aber es ist alles, ich sag mal, eine Geschmacksfrage. Und alle drei Gehäuse-Oberarten haben ihre Daseinsberechtigung. Man kann nicht sagen, eins ist besser, eins ist schlechter. Für manche Sachen ist das eine Gehäuse besser geeignet, für manche Sachen ist das andere schlechter. Zum Beispiel, wenn ihr Sound-Quality möchtet, ist das Maß der Dinge meiner Meinung nach ein Bass-Reflex-Gehäuse, einfach weil zu einer guten Sound-Qualität auch einfach Tiefgang gehört. Und ein linearer Frequenzgang möchte dir hingegen SPL, wäre ein Bandpass euer Ding. Wie viel Platz habe ich? Habt ihr nur wenig Platz? Ein geschlossenes Gehäuse im Seitenteil? Habt ihr viel Platz? Ein Bandpass bis hinter die Rücksitze? Ja, das ist alles so individuell. Was ich noch relativ wichtig halte, ist, ihr müsst fortgeschritten sein, wenn ihr euch zum Beispiel ein Bandpass-Gehäuse baut. Wenn ihr noch nicht so den Plan habt, und da bin ich ehrlich, weil ich mich noch nicht viel mit Bandpass-Gehäusen auseinandergesetzt habe, gehöre ich auch dazu, ist es relativ dumm, als erstes Gehäuse ein Bandpass-Gehäuse zu bauen. Weil erstens das Berechnen sehr, sehr schwierig und komplex ist, und auch der Bau an sich ist schwieriger als vom geschlossenen oder von einem Bass-Reflex-Gehäuse. Und deswegen sollte man gewisse Grundkenntnisse haben, bevor man das Ganze überhaupt angeht. Das soll auch schon so der Hauptpunkt von dem Video gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, ein bisschen aufklären, wofür die ganzen Gehäuse stehen, was das alles so bedeutet. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, ich würde mich freuen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und schreibt mir doch mal einen Kommentar, was ihr für ein Gehäuse fahrt, in Kombination mit welchem Chassis, und was eure Favoriten so sind. Außerdem habe ich mir, ja, gerade so spontan überlegt, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr da Bock drauf hättet. Wenn wir die Tage, oder wenn ich die Tage mal ein Bandpass-Gehäuse baue für mein Eaton M15 und wir dann einfach in der Praxis, ja, mal schauen, was ist geiler. Ist das Bass-Reflex-Gehäuse, was ich ja schon gebaut habe und was ich jetzt auch schon fahre und womit ich auch sehr, sehr glücklich bin, ist das geiler? Oder ist ein Bandpass-Gehäuse noch geiler, dass wir wirklich mal so den realen Vergleich machen? Weil was wir uns jetzt hier angeguckt haben, das ist Theorie, aber bekanntlich Theorie und Praxis, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Deswegen schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr da Bock drauf hättet, dass wir das Ganze mal so spaßeshalber bauen und gucken, was geiler ist. Ich würde mich freuen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut, haut rein und bleibt! Das war's gut, haut rein und bleibt, haut rein und bleibt!